So, aber, wir haben uns auf jeden Fall jetzt hier ein Antwoch, ich hab mir letztes erzählt, dass so ein Auto einfach so grund, so richtig komisch, einfach, auf der an, äh, ein, 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 ein unbekanntes Auto, keine Ahnung, was das für ein Auto war, Achtung, Achtung, Wagen 8, bitte sofort zum Affen fahren, da steht wieder ein, irgendein, ein, irgendein, 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 irgendein Auto, Komplett zerstört, aber richtig, richtiger, großer Schaden, wir gucken mal. Oh Mann, ich fange mal dahin. Okay. Und schon, ob wir da noch hören, leber. Okay. Hier soll es sein. Hier irgendwo am Industriehof. Hier irgendwo am Industriegebäude soll er irgendwann sein. Hier irgendwie am Industriehof. Hier oben. Lass uns Auto mal hier stehen. Da hinten sehe ich irgendwas. Fahr da mal hin. Loll da steht ein Auto. Hä? Warum steht ein Auto? Leute, da ist jetzt schon wieder irgendein kaputtes Auto. Das ist immer noch angeschaltet. Das Auto ist kaputt, das kann schon schnell fahren. Mach den Motor aus. Das ist so tödiger. So, die Tür mal ein bisschen... Jetzt steht die Tür nicht richtig. Aber wie hat jemand anscheinend richtig krass? Das hat sich zerstört. Langsam wird es unheimlich. Wir müssen das Fahrzeug schnell wegbringen. So, wir haben ein paar Weißfotos gemacht. Jetzt fahren wir wieder zurück. Okay, gucken wir mal. Ich brauche jetzt einen Kaffee, bevor ich überlegen kann. Ist jetzt einen Kaffee? Ja, ich geh zum Kaffee oben. Und dann kann man überlegen, warum? Du hast doch voll ein verlorenes Auto erzählt. Ja. Fahr mal hier. Okay, wieso? Weil ich kenne da jemanden. Na, du machst doch. Weil ich kenne jemanden, der oft sowas tut. Okay, hier muss es sein. Ich gebe dir das manchmal hin. Danke, danke. Bye-bye. Ich brauch.